Herrlich, herrlich, scheiß mich an. Einer der wenigen Fehler und Danielewitsch mit der Kopfballvorlage feiert Christopher Drazern. Nachdem Zivny der Ball zu weit weggesprungen ist, Hieden kommt er nicht mehr an und Drazern lässt Heinz Weber keine Chance. Ausgleich 1 zu 1 und einmal mehr hat Austria Kärnten eine Führung verspielt.